Der eine nimmt fünfmal rum wieder, mit der andere sechsmal. Ich meine, jetzt habe ich halt gerade Bier fest, ja, aber... Na gut, das läuft vielleicht schon ein bisschen, ne? Vielleicht, wenn die halt das gar nicht verbrauchen, kann das natürlich gerade sein, dass das irgendwie kritisch ist. So, wir laden das einfach runter jetzt hier. Aber jetzt kann er neu laden, jetzt kann er neu fahren. So. Okay, jetzt haben wir zumindest Kautschuk mal getrennt voneinander hier gemacht. Also, dass wir das trennen voneinander. Dass wir nicht mehr erst Kautschuk nach Midgar fahren und uns dann verwirren, wie viel wir da nun wirklich brauchen oder nicht. Sondern es kommt jetzt aus der neuen Welt direkt zur richtigen Stelle quasi. So. Wie viele Brillen produzieren wir denn? Wir produzieren genug. Haben sogar ein solides Polster. Was das angeht. Wir können ja einfach mal erstmal alles durchgucken, was wir sonst noch brauchen für die Investoren zum Beispiel. Ähm... Wir haben Kaffee. Kaffee. Und zwar müssen wir da gucken, was haben wir hier. Reicht auch noch ein bisschen. Kann man auch in Manola natürlich sehr schnell nachbauen, weil wir dann eine sehr hohe Produktivität haben. Wir haben Schokolade. Schokolade reicht nicht so ganz lange mehr. Ähm... Was ich halt gerne mal machen will, das hatten wir uns auch irgendwann mal angeguckt. Äh... Ja, wo war's? Hier. Mit der Milch. Oder hier dem... Dem hier. Wir haben ja hier so eine Schokoladenfabrik. Achso, wir müssen dann natürlich immer Kakao hierher bringen. Das machen wir nicht, ne? Ja, dann lohnt sich das nicht. Dann lohnt sich das nicht. Weil wir das gerade nicht machen. Was wir natürlich hier machen können, ist einmal das. Dann kriegt er noch mehr Produktion. Und schon wären wir ziemlich gut dabei. Was Schokolade angeht. Wir werden da so weit. Wir produzieren so krass viel Zucker. Achso, hier deswegen glaube ich, oder? Oder wir bringen das auch irgendwie weg, ne? Warte mal. Ich hab aber nur hierhin. Oh, shit. Verdammt. Okay, geht doch nicht. Wusste ich. Habe ich auch nicht gemacht. War ich nicht. War schon so. Okay. Das passt. Setz dich lieber in den Schatten. Hier war ich doch gerade. Warum sprengt ihr jetzt hier was? Digga. Soldat. Soldat. Werde euch das erlaubt? Na ja, mach mal eben schnell. Dann kann ich das hier reparieren. Habe ich die nicht auch nochmal für die Hauptinsel? Pass auf. Erstmal. Lasst uns froh und munter sein. Wir bauen uns ein Frachtschiff. So. Weil ich dieses Wenn wir jetzt nochmal Wein machen wollen müssen vielleicht dann die haben aktuell keinen Bedarf wegen dem Bierfest. Okay, das heißt das kann ich gar nicht gucken. Aber ich glaube das dürfte nicht reichen. Zudem will ich ja Wein vielleicht auch nochmal wegbringen nach Manola. Weil die das da als Lebensqualität haben wollen. Das Problem ist Oh, wir haben irgendjemanden entwickelt. Warte, wer war's? Ach, sehe ich jetzt nicht mehr. Welche machen wir jetzt? Teppichknüpferei. Oh, wir haben die mit den Leinen gemacht, ne? Oh. Oh, yo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wir haben die gemacht. Alle Stoffbebereien und Segelmacher. Yo. Abflug, Digga. Ne, nicht in die Arktis. Da gibt's keine Stoffbebereien. Glaube ich. So. Genau. Hier haben wir halt das Problem, dass du super für Wein einfach brauchst. Wir brauchen das ja sogar auch für Cognac nochmal. Und ich hätte halt voll Bock, wenn irgendwie, ähm, wenn das so wirklich so Weinberge wären. Weil das Ding heißt Weinberg. Das Ding ist einfach eine platte Wiese. Ist ja cool, wenn das so ein, wirklich so ein Berg wäre, wie das halt ja so ist. Das ja so Wein wird ja an einem Berg gebaut. Angebaut. Und die nehmen mir halt super viel Platz weg einfach. Gerade wenn ich jetzt überlege, ich hab nur ein Wein, wenn ich ein neues brauche, brauche ich hier die gleiche Anzahl an Plantagen gefühlt. So. Das ist halt schon übel. Also das nimmt mir super viel Platz weg. So. Wir können hier halt Wein anbauen. Hier können wir das auch mit den Traktoren machen, weil hier haben wir die Traktoren schon. Und hier unten zum Beispiel oder was, haben wir ja, wir haben auch noch super viel Platz auf dieser Insel. Das ist nicht so, dass wir hier jetzt irgendwie demnächst mal am, am Platz Tuch Nagen, hätte ich mal gesagt. Am Platz Tuch Nagen. Ja. Okay. Gäste. Hm. Hm. Weil dann könnte man hier ein Schiff machen, wo man zum Beispiel auch hier fahren, haben wir nur Salpeter und Dings eigentlich von hier nach hier. Was ist das? Ein Dampfschiff? Oh. Was ist denn mit, mit, äh, Pelzmäntel? Ne, Pelzmäntel heißt ich nicht. Äh, Pelle. Das suche ich. Äh, ist, ach, Quatsch. Ähm. Das? Oh, wir produzieren gar nicht genug. Oh. Oh. Alles egal. Hm. 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 So. Salpeter, machen wir das denn noch genug? Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Eigentlich ist das ja auch so eine typische Insel, wo man einfach sagen könnte, man könnte... Ja, nein, halt. Warte mal. Was ist denn, wenn der hier das noch läuft? lädt, einfach. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Äh, anstelle von, äh, Uhren ist mega. Weil der hier hat jetzt aktuell nichts, außer vielleicht mal Saxophone, wo du sagst, okay, der Slot wäre voll. Oder schnell voll. Das bestimmt nicht, kann ich noch nicht abladen, weil mein Lager hier voll ist. Bis ich davon genug hab... Äh, der ist auf dem Rückweg. Der bringt sogar Dampfwagen wieder mit. Selbst davon produziere ich zu viele. Man könnte ihn ja einfach sagen... Hm. Pass auf, du kriegst einen Hafen dazu. Äh, du fährst... Ja, so. Und dann lädst du hier noch, äh, Felle. Und Salpeter. So. Und du, hat dir noch was geladen jetzt? Wusste er denn gerade? Der lädt auch zuerst Salpeter. Wie viel hat der geladen? Warte mal. Ach so, dann geht das automatisch weg. Der soll mal, äh... Es ist ja alles so unübersichtlich, ne? Wir müssen da mal Ordnung rein kriegen, vor allen Dingen. So. Und zwar... Schwupp, schwupp. So, und ich würde hier gerne halt die Weinberge mit hinbauen. Gut, wenn wir jetzt so ein Schiff gebaut haben, was wir jetzt gerade vielleicht doch dann nicht brauchen oder so, weil wir das jetzt ein bisschen anders gemacht haben. Ja, sei's drum, ne? Man könnte ja sogar überlegen, ob man einfach von hier Salpeter sogar mitnimmt. Vielleicht. Weil wir hier ja auch Salpeter haben. Aber die um die Felle komme ich hier nicht rum, weil die kann ich hier nirgendwo anders so gut machen. Ne. Da habe ich wirklich fast nur die Insel. Aber dann könnte man auch zur Not mit einem Schoner hier einfach arbeiten, der einfach nur hin und her pendelt. Das ist ja auch möglich. So. Hm. Wozu brauchen wir Kirschen? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, Konfitüre ist das. Okay. Ja, klar. Macht Sinn. Konfitüre ist das. Der Konfitüre ist das. Achtung, der Boss. Okay. Wie lange haben wir noch Bierfest? Sieben Minuten. So. Hm. Was ist denn mit... Achso. Ich gehe immer in die Routenübersicht. Warum auch immer. Warum ist denn hier kein Markthaus da? Danke. So. Okay. Hm. Glühbirnen. Wie lange reichen die denn? Da kommen auch welche. Da bringen wir welche. Reicht auch noch ein bisschen. So. Wie lange reichen die Garren? Die kommen von hier. Die reichen noch ein ganzes Stück. Das ist gut. Schild vom Stapel gelaufen. Dann haben wir... Ähm... Wein. Genau. Das kann ich nicht gucken. Ich glaube aber Wein... Das dürfte nicht reichen. Da war irgendwas, dass das schon nicht so... Nicht so krass... Äh... Okay. Hm. Was haben wir noch? Wir haben... Dampfwagen reichen glaube ich noch lange. Warte. Ach. Schon wieder. Dampfwagen. Wieso habe ich denn da mal eine Produktion gemacht? Wir produzieren ja viel zu viele. Wir produzieren ja viel zu viele von den Dingern. Guck mal, wenn wir jetzt... Jetzt haben wir zwei. Und das reicht ja immer noch. Warum habe ich denn da mal eine Produktion gestartet? Eine weitere. Hä? Okay. Keine Ahnung. So. Dann. Ähm. Kaugummi. Die kommen... Hierher. Reicht locker. Kaugnack. Reicht locker. Dann. Kekse. Reichen nicht mehr so viel. Können wir aber potenziell eine Mühle starten. Die uns noch mehr gibt. An Keksen zum Beispiel. Ähm. Was haben wir noch? Weibmaschinen. Kommen. Hierher. Reicht locker. Billard. Billard. Warte mal, so schreibt man das nicht. Billard. Ja, das könnte halt knapp werden, glaube ich. Wir haben doch... Ich habe keinen Rathausplatz mehr, ne? Warte mal. Lass mal was probieren. Mit denen wieder wegnehmen. Telefone. Ah, dann reicht's nicht. Dang it. Sind Sie neugierig? Telefone. Jetzt reicht es. Haha, magic. Okay. Ähm. Weil dann könnten wir hier rein, äh, diesen setzen. Nach Kaufricht, Hausrichtung erhalten, Kaugummi, Springer, Tisch und Violinen. Der ist halt voll overpowered irgendwie, weil wir so inselweite Effekte haben. Ja, ich habe keinen Bedarf mehr danach. Das heißt, wir müssen halt nur zusehen, dass wir immer den Kaskaufhaus abgedeckt haben. Oder Drogerie oder sowas. Aber das wollen die ja eh haben. Das heißt, wir könnten jetzt die Billardtische nehmen. Warte mal. Nee. Wir könnten jetzt die Billardtische nehmen. Könnten einfach das hier mal freigeben. Und jetzt mal gucken, ob das passt überhaupt. Ob die nicht zu viel wollen vielleicht. Billard. Nee, das müsste, das passt. Dann könnten wir die einfach hierher bringen. Weil das kann ich mir hier nicht einsparen so gut. Weil ich hier keine Wolkenkratzer habe. Oder keine Kaufhäuser dann. Dann lass uns doch. Wir haben doch irgendwo so Routen. Warte mal. Da. Hier bei Schmuck. Nehmen wir den Stack Billardtische mit. So. So. Fertig. Geil. So. Und...